Er hat auf diese Nacht gewartet. Er hat auf mich gewartet. Ich habe auf ihn gewartet. Michael Myers verkörpert das pure Böse. Er ist gnadenlos und unaufhaltsam. Unberechenbar. Jeder kann der Nächste sein. Dad, pass auf! Die Babysitter-Morde vor exakt 40 Jahren. Michael! Jamie hat ein angeborenes Talent. Sie glauben nicht an den schwarzen Mann? Perfekt für meinen Film. Und jetzt perfekt für David Gordon Greens Film. Das sollten Sie. Sie ist noch genauso gut wie Dabert. Es ist heftig. Einfach grausam. Das ist ein Nödel. Oh, super! Halloween. Ab 25. Oktober. Nur im Kino. Das ist so. Das sind so viele Häuser. Die sind alle gruselig. Ich gehe zu dem auf der anderen Straßenseite. Ja. Oh, oh, oh. Was zum... Hey! Ich habe Angst. Tut mir leid, Sir. Ja! Oh, nein! Vor 40 Jahren ermordete Michael Myers in der Halloween-Nacht drei Menschen. Seit dieser schrecklichen Nacht setzt er wieder in der psychiatrischen Anstalt. In Gefangenschaft. Ich habe jede Nacht dafür gebetet, dass er ausbricht. Wieso um alles in der Welt tun Sie das? Damit ich ihn umbringen kann. Der Bus hat den Unfall. Michael Myers ist entkommen. Er wird nach Haddonfield kommen. Nach Hause. Ich beschütze meine Familie. Ihr habt keine Alarmanlage, Karen. Mom, du brauchst Hilfe. Das Böse ist real. Wir fürchten diese Nacht nicht ohne Grund. Ich habe mich lange darauf vorbereitet. Auf der Straße ist es heute Nacht nicht sicher. Schnell, lauf nach Hause und bleib drin! Michael! Er ist hier. Er ist ein Mörder. Aber heute Nacht wird er ermordet. Hilf mir! Happy Halloween, Michael! Geheizung! Geheizung! Untertitelung im Auftrag des ZDF- Die Zukunft nicht mehr talkin' Computer, die abonniert die Nacht wird er liebctors dice. Arthats